Wo ist der Waypoint? Der ist der... Oh mein Gott! So weit hinten waren wir. Da, folg mir. Komm, folg mir. Warte, ich muss kurz was ablegen. Hilfe. Ähm, das, 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 das... Ja, ein Stern... Äh, ein Schwert mach ich jetzt schnell. Komm. Das holen wir schnell, dein Zeug. Ja, schnell. Fünf Minuten haben wir Zeit, sonst sind die ganzen Sachen weg. Ja, kein Thema. Komm. Ich mach mir auch nochmal schnell ein Schwert. Hier für dich. Wo bist du? Äh, vor dir. Ich seh dich nicht. Komm, folg mir. Ah, ich brauch Essen. Ja, bräuchte ich vielleicht auch. Ja, müssen wir kurz warten, bis zwei weg, äh, voll sind. Ach, wir haben hier auch noch Essen. Gut. Ja, ich wollt grad sagen. Dann komm. Ja, ich nehm mir jetzt grad ein bisschen, äh, Parkjob mit. Gut, dass ich schon mal auf Lager gebraten hab. Ey, lauf. Okay, komm. Tut 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 tut. Komm zu glauben, dass ich so weit weg war von zu Hause. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der gerne reist. Voll das Jump'n'Run hier. Ah, Alter, ich komm nicht hoch. Ah, da hinten. Ja, gut, komm. Da weiß ich wenigstens, wo mein Loch wieder ist. Und dann weißt du ja irgendwo, wo du gestorben bist. Hauptsache, er ist nicht in die Lava gefallen. Nee, ich hab mich extra dahin gestellt, wo keiner da war. Jetzt weiß ich nicht, wo du bist. Ich bin einfach den Berg runter. Auf der anderen Seite, oder was? Ja, da wo ich hochgegangen bin, bin... Ja, siehst du immer, das ist mein Name. Hier, hier hinter dir. Hä? Hier. Ach da. Hallo. Oh mein Gott, das ist schon der dritte Part. Wohin, schnell aus. Also da hinten ist Bambus, sieht man ein bisschen was. Hab ich auf einen Waypoint gesetzt. Folge mir. Verdammt. War das schon hier? Ich weiß nicht. Ah. Warte, hier bin ich hochgegangen. Doch. Irgendwo hier muss es sein. Hoffe ich doch. Sonst bin ich gehascht. Okay, da ist der Kackstift. Okay, das kommt mir bekannt vor. Ah, okay. Du musst dir das auch holen, ja. Mit meinem Deathpoint und sowas. Ich weiß, wo wir sind. Komm, folge mir. Wow, du hast reingeschoben. Wo hab ich mich hochgegraben? Ich hab ihr einen ganz kleinen Schacht gemacht. Da kommt eine Spinne hoch. Ja, die kann mich mal. Siehst du, die traut sich nicht. Egal, dann geh wieder runter. Na, komm. Na, komm. Ja, komm. Idiot. Autsch. Ja, gut, hier warten wir anscheinend. Verpiss dich, verpiss dich, du scheiße. Das ist Vieh. Wo bist du gestorben? Hier waren wir, oder? Ja, wo bist du gestorben? Da hab ich mich noch reingegraben. Gut, dann komm schnell. Hier. Warte. Ja, ist jetzt so Gnie fackeln? Warte mal. Wo ist denn dieses Wasser, wo wir uns getroffen haben? Weiß ich nicht. Oh, scheiße. Wir sind hunderte von Meter von unserem Haus entfernt. Ich glaub hier entlang. Ja, ich geh mal da, weil ich seh Licht da oben. Da ist Lava. Das kann der Lavasee sein, den du gemeint hast. Warte, wo bist du dann? Ähm. Siehst du meinen Namen noch? Einfach das Wasser da links reingehen. Links? Warte. Siehst du mich, Anni? Hier. Ah, da. Ich bin ein Creeper. Los, komm. Ja, kann sein, dass hier ein Lavasee war und du hier warst. Hier hinter dir. Hallo. Warte mal. Hier. Warst du hier irgendwo? Nee. Verdammt. Ich will nicht, dass dein Zeug verloren ist. Ich geb jetzt alles. Ich suche es. Da ist ein Zombie. Oh mein Gott, was ist da? Da ist hier Party. Party up in hier. Da, Heal. Boah, was geht hier ab? Ich werde gleich sterben. Meine Sachen sind verloren. Ich bin auch gleich verloren. Ähm, ich will aus dem Wasser raus. Ah, danke, danke, danke. Ich bin tot. Ähm. Back. Ach. Verdammt. Ja, das geht ja nicht. Ja. Aber ich hab wenigstens auch noch meinen Todespunkt. Ja, aber du musst dir... Wir müssen uns echt zum, äh, Plugin-Server machen. Nein. Doch. Es ist voll beschissen, wenn du nicht zurück... Entschuldigung. Es ist voll doof, wenn man nicht zurückkommt. Ist doch Spaß. Spaß. Ich hatte so... Nee, ich hatte so viel gesammelt. Und dann kommt so ein Scheiß... Creeper. Ich will natürlich weg... Oh, Creeper. Sammle mein Zeug nicht auf. Ich bin gleich da. So, Deathpoint. Ich seh schon. Bomben. Ich will mich wegbomben. Ich will natürlich weg... Da ist meine Höhle. Oh mein Gott. Ich bin voll... Ich bin richtig sauer. Das glaube ich nicht. No. Warte. Okay, jetzt weiß ich, wo du ungefähr warst. Ähm. Creeper, verpiss dich doch einfach aus meinem Leben. Ich hasse dich. Ich bin gleich bei meinem Zeug. Du bist ein Arschgesicht. Ich bin hier in einer Spalte und bin gerade runtergefallen. Komm hier nicht mehr raus. Wow, hier ist eine Riesenhöhle. Hier bin ich gestorben, lol. Da ist auch Wasser. Okay, tut mir leid, Leute. Ich muss kurz cheaten. Ich muss mich da reingraben. Da, meine Erfahrungspunkte. Und all mein Zeug. Gut. Weil ich hab keinen Bock drauf, hier mein Zeug zu verlieren. Hä? Bist du hier gestorben? Warum? Weil hier liegen Bögen rum. Oder ist das von mir? Ne, das ist bestimmt ein Skelett. Ne, das ist von mir. wäre nett, wenn du mich mal zu dir porten könntest. Einen Moment, ich sortiere schnell. Oder du portest dich zu mir, aber ich hab keine Sachen dabei. Ja. Ja, ich hab dich schon halber Zeit gehabt. Da kommt die Hose. Ja, gut. Tippi. Ah, warte, ich hab das da schon mal eingegeben. Da. Bin bei dir. Wo bist du? Hast du vielleicht noch eine Spitze für mich? Bravo. Ach, du bist noch ein Gamer? Ja. Ne, ich, äh... Warte, ich tue es schon ausschalten. Und los geht's heute. Ah, Geronimo. Du solltest mir meine Spitzhacke geben. Wieso? Ich hab doch gar keine für dich. Ich hab überhaupt keine mehr. Ich hab nur eine, äh, eine... Ja, okay, Eisen noch. Ich hab nämlich gar nix. Weißt, ich muss mich hier so durchgraben. Ne! Hier ist ein Enderman. Hm. Hey, hier ist eine U-Bahn. Spring dahin, wo ich gegangen bin. Spring da runter, wo ich... Ja, genau. Und jetzt geh einfach, äh, hier noch zu mir vor. Hallo, hier, hallo. Warte mal, warte mal. Ich bin grad genervt. Lass dich in Ruhe. Ja, aber da ist ein Creeper. Komm, verpiss dich. Oh, fick dich doch. Oh, geh weg! Ja, ich hab noch eineinhalb Herzen. Warte so, ich hab eineinhalb Herzen. Komm, folge mir. Warte, ich muss erst mal fressen. Oh, oh, bleib da. Ich muss den Skelett erst mal umbringen. Den Skelett. Der Gerät. Wo ist noch einer? Ah, da. Hier. Warte, gib ihm. Noch eine Spinne. Vorsicht. Was ist hier für eine Fahrt, die am Gange? Na, dann wird hier wohl Spinn-Spawner. Ja, ja, hier. Ja, ja, hier. Komm, hier sind gleich zwei auf einmal. Ah, Giftspinnen auch noch. Oh, nicht gut. Hier ist Lava. Hä? Was ist jetzt mit der Spinne passiert? Hallo, Spinni? Au! Du Sackspinne. Kommst du? Sackspinne. Bin da. Wir suchen den Spawner. Ja, okay, hier hinten könnte er sein, aber ich hab keinen Bock zum Graben. Oh, hier ist einer. Da ist er doch. Ah! Ah, schnell! Bin gleich tot. Du musst Fackeln setzen. Ja, guter Witz. Verkeil es. Setz, ja, aber mach nicht den Spawner kaputt. Ja, mach Fackeln jetzt drauf. Setz doch mal Fackeln drauf. Puh. Wir müssen, wenn wir Glück haben, ist hier noch eine Kiste versteckt, gell? Ja, ich weiß. Aber erstmal muss ich das hier abbauen. Jetzt können wir uns auch eine Crafting Box hier... Warum? Crafting Table. Alter, was mach ich hier für einen Schwachsinn? Hast du noch dein Eisenschwert? Ja. Alter, ich hab kein Essen mehr. Ich hab hier 30 Steaks. Ah ja, doch, warte, ich hab auch noch Essen. Ich hab's nur vergessen. Bin hier vorhin gestorben. Ich grab mich einmal durch hier. Mal gucken, ob hier irgendwo was ist. Nein. No. Ach, ich will nicht in einen von... Ei, da ist auch noch was. Geh weg, Spinnbebe. Binnen sind ekelhaft. Hallo. Hab ne Abkürzung genommen. Vorsicht, irgendwo in den nächsten Zombies. Anso, Zombie. Oh mein Gott, wir haben gleich unseren vierten Part fertig. So viel. So viel. So viel Material braucht auch keine Sau. Natürlich. Eine Sau. Schlechter Witz. Okay, naja, was ist hier? Was ist hier? Oh, oh, oh. Ist eine Spalte. Ähm, ja, ich hab einen ganzen Minenschacht hier gefunden. Aber ich geh wieder hier hinter. Oh. Kannst du einmal markieren und dann gehen wir da wieder hin, falls wir hier nichts finden. Ja gut, dann warte, ich will erstmal raus. C. C. Geh mal kurz da runter. Oh, hier ist ganz viel Eisen. Ich hör einen Anaman. Du hörst ihn? Ja, und ich seh eine Spinne. Wie kann man braun machen? Kann man braun machen? Ja, ich will braun als Farbe. Oh, krass, Alter. Ja, okay, pink. Oh, krass, Alter, Schnee. Ähm, okay, was machst du? Nein, komm mal hier runter. Nee, ich geh hier hoch. Okay, da vorne ist wirklich die Party am Gange. Oh, 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 aber das Gold. Hä? Das Gold. Da ist eine Fackel. Ah, ich weiß sogar, wie wir hinkommen. Nja, ha, 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 ha. Ich weiß es, ich hab die Lösung dafür. Ich hab die Lösung. Bist du hinter mir? Ja. Na gut, dann passt das. Au, was schlägst du mich? Ich hab eh kaum Leben. Und dein Kobo. Hier, ach ja, Fleisch. Ich hab doch Fleisch. Ach so. Nur ich hab kaum Leben. Na. Mach dir ein Crafting Table. Wieso, ich hab doch schon eine, Spitzhocke. Ach, von mir wolltest du sie nicht geben. Das war die Eisen, die fast kaputte. Hey, geh weg, sonst kann ich nicht bauen. So kann ich nicht arbeiten. Ja, genau, so kann ich nicht arbeiten. Ich höre Wasser. Oh mein Gott, Hilfe, wir werden ertrinken. Ich sehe Wasser. Okay, ich kann nicht nach oben bauen. Warte. Ah. Okay, das muss weg, der Block hier über uns. Okay, komm. Folge mir. Ich bin da. Mir noch. Ah, okay. Hallo. Geh hoch. Ein Spinnwebel über mir. Ich weiß. Deswegen gehen wir auch hier rüber. Ah. Fuck you. Alter Schwede. Hilfe. Du lebst noch, ne? Oh. Vom Erschrecken gleich nicht mehr. Wie kam der da oben? Oh, da oben ist noch eine Spinne und ah, Missgeburt. Missgeburt. Nicht mehr oben, wir sind hier unten. Hilf mir. Ich habe kein, ich habe kaum Leben. Ja, komm her und komm hier hinter. Anstatt nach vorne. Du bleibst vor mir, ich muss mich heilen. Jetzt heil dich erst mal. Da oben ist ein ganzer, oh mein Gott. Ja, bleib hinten, ich hau dich gleich, du. Ja, dann bin ich tot. Ja, dann bleib hinten. Okay. Ist ja gut, Scheffin. Schlechte Idee. Nee, smit, 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 smit. Ich habe hinter uns noch einen Schacht aufgemacht. Da ist ein Creeper, der beobachtet mich. Oh, sorry. Hör auf, da ist ein Creeper, der beobachtet mich. Siehst du ihn? Nein, dann geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Siehst du ihn? Ja, geh mal weg. Warte, ich gebe ihm Headshot, geh weg. Achtung, er kommt, oder? Ja. Geh weg. Alter, du haust mich. Ich habe nur noch ein halbes Leben. Nein, ich habe dich nicht gehauen, du warst hinter mir. Doch, weil durch Creeper gekommen war kein Schaden. Okay. Okay, warte, ich heile mich schnell. Ich heile mich schnell. Ich bin so gut. Was denn? Hier ist ein Spinnen-Spawner. Ey. Brauch mal Fackeln, gib mir mal hier Fackeln. Ja, warte, hier. Zack, 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 zack. Hups, was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, was los ist. Oh Gott, Spinne. Böse Spinne. Hä, die jumpt gerne. Hä, ich kann sie nicht mehr schlagen. Warte, ich kann sie nicht treffen. Ja, warte, ich trinke den Regeneration Potion. Sonst wäre ich gestorben. Ah, da. Die Missgeburtenspinne.